Na ihr, das hat lang gedauert jetzt, bis ich eine neue Folge bereitstelle. Und mit euch oder zu euch spreche. Im Hintergrund seht ihr also mein neues Zuhause und das ist sicherlich der Grund, warum ich in letzter Zeit ja nicht so wirklich dazu kam, Content zu produzieren und weiterzusprechen und die Frage zu bearbeiten und zu behandeln, wie das Leben lebt. Und ich kann euch aber sagen, und das ist sicherlich auch ein Aspekt des lebenden Lebens, dass ich so unfassbar, ich bin so unfassbar erleichtert, eine eigene Bleibe zu haben. Nach einer gewissen Zeit der Gastkultur, des Zu-Gast-Seins, ohne die entsprechenden Befugnisse und Rückzugsoptionen und so weiter. Und hier bin ich alleine in meinem Reich und kann und darf machen, was ich also möchte. Und das ist ein Privileg, von daher danke an das Leben, dass ich die Möglichkeit habe. Und ich konnte jetzt auch nicht mehr abwarten, mit euch und zu euch zu sprechen, weil einfach Zeit vergangen ist, weil es in mir auch irgendwie so ein bisschen brodelt und sprudelt und plätschert. Und man soll Reden dann nicht aufhalten, genauso wie Reisende, finde ich. Deshalb gibt es also jetzt wieder dieses Video von mir. Und ich habe mir überlegt, ich möchte über meine schwierigen Retreat-Erfahrungen sprechen. Ein Retreat ist eine Möglichkeit, für eine Zeit aus dem normalen Leben herausgeschält zu werden und in einen geschützten und abgeregelten, abgesteckten Raum zu kommen, in dem es klare Ordnungen und Regularien gibt und in dem in der Regel die Teilnehmenden eine Art geistiges Wachstum erreichen dürfen oder einfach Erfahrungen mit sich selbst machen können. Also Retreat heißt Rückzug und ist ein ganz elementares Bestandteil der Lehren Buddhas bzw. auf dem Weg zur Aufwachung, dass ich Rückzug nehme zu Buddha Dhamma Sangha, also zu dem, der das lehrt, der Buddha, zu der Lehre selbst Dhamma. Und Sangha ist dann letztlich das Klösterliche, das Retreat als solches, um dann dort in die sogenannte Läuterung zu kommen und Erfahrungen mit mir zu machen und Weisheit zu entwickeln. Und das klingt erstmal ganz nett. Und ich glaube, eine Vorstellung davon, was es bedeutet, einen Retreat zu machen und natürlich auch immer entsprechend des Formates, es gibt natürlich krasse und weniger krasse Retreats, ist eh schlecht zu bekommen, ohne da mal irgendwie zumindest eine Fingerspitze reingehalten zu haben. Und im letzten Video habe ich ja so ein bisschen über den Guruismus gesprochen und dass mir also auffällt, dass es einen sehr schwangeren Markt an Angeboten gibt und eben auch einen Markt, solche Retreats zu machen. Und dass ich also da auch irgendwo eine Gefahr sehe und das aus eigener Erfahrung. Und warum sehe ich also Gefahren an einer solchen doch offenbar heilsamen und wichtigen Erfahrung teilzunehmen? Ja, es ist so, bevor ihr startet, sagen wir mal, ihr möchtet Vipassana machen, einen Vipassana-Kurs, einen Schweigekurs, einen Silent Retreat beispielsweise. Das gibt es mittlerweile überall auf der Welt. Damals, als ich angefangen habe, da war das noch im Werden. Also das war noch relativ leicht und schwer zugleich, einen Platz zu kriegen. Also die Wartelisten sind mittlerweile so voll, dass ich teilweise über ein Jahr im Voraus planen muss. Das gab es damals nicht. Dafür gibt es jetzt überall Zentren, die das anbieten. Mein erstes Mal war 2009 in Thailand im Wat San Mok, im Süden des Landes am Festland in Chaya. Ja, und das ging eben auf die Tradition von Buddha Dasabiku zurück. Oder geht einfach da auf diese Lehre des erwachten Mönches, der, ich glaube, irgendwann in den 60ern oder so gestorben ist. Oder später. Auf jeden Fall schon eine Weile tot ist. Es geht auf ihn zurück und hat einen ganz eigenen Charme, weil es also im Dschungel stattfindet und in einem Klosterareal, also mit Mönchen und Nonnen. Und das, was dann irgendwie so nach Europa gebracht wurde, das, was sehr bekannt ist, sind die Guenka Retreats. Und das sind also auch Zentren, die also explizit entwickelt werden und entwickelt wurden, damit wir die Möglichkeit haben, in eine Schweigerfahrung zu finden. Und das sind in der Regel zehn Tage dauernde Kurse, die also sehr stark durchorganisiert sind, in denen wir uns um nicht viel Sorgen brauchen, was so unsere existenziellen Bedürfnisse anbelangt. Wir bekommen dort eine Unterkunft, wir bekommen dort Nahrungsmittel bereitgestellt und sind irgendwo auch in einem geschützten Rahmen, weil das Ganze von außen nicht unbedingt betretbar ist und weil also dann entsprechende Lehrerinnen und Lehrer ein Auge auf die Teilnehmer haben. Und es gibt auch verschiedene Helferinnen und Helfer, die das unterstützen, nicht zuletzt auch in der Küche. Ich habe das insgesamt zehnmal gemacht, solche Retreats verschiedener Traditionen und verschiedener Formate und Längen und ich glaube vier Retreats nach Essen-Guenka. Und Essen-Guenka war ein Geschäftsmann aus Burma, der irgendwann im Laufe seines Karrierelebens sehr starke Kopfschmerzen, vielleicht sogar Cluster-Kopfschmerzen oder dergleichen entwickelt hat und nach einer Methode gesucht hat, dieselben zu therapieren und zu bewältigen. Und dann irgendwann gehört er, da ist also ein Mönch in Burma, der Vipassana lehrt und wo die Menschen also ganz kernverändert, kernsaniert zurückkämen und von ganz tollen Dingen berichten. Und dieser Mönch hieß Sayaji Ubakin und Guenka ist also dann zu ihm in der Hoffnung, er könnte dort seinen Kopfschmerz zu, könnte diesen Kopfschmerz überwinden. Und hat das dann Ubakin berichtet und gesagt, hier, hilf mir bitte so, ich muss diese Technik lernen, von der alle sprechen. Und der hat ihn dann einfach weggeschickt, weil da geht es nicht darum, einen Kopfschmerz zu überwinden. Also das ist schon mal ganz wesentlich. Wir werden ja gefüttert mit Ideen generell aus sämtlichen Lebenseindrücken heraus, aus Gesprächen, aus den Medien und so weiter, von einer Sache. Und gerade was diese Vipassana-Kurse anbelangt, bekommen wir sehr vornehme Ideen und Gedanken dazu serviert, sehr vorteilhafte vor allen Dingen, also die uns in gewisser Weise ein Heilsversprechen geben. Das hat viel nach meiner Erfahrung mit der anfänglichen Euphorie zu tun, die die teilnehmenden Ex-Post haben. Also wenn sie rauskommen und das erste Mal wieder normal sprechen dürfen und merken, wie unglaublich beschleunigt, also die Konzentration, die Achtsamkeit und so weiter sind, was das für einen Vorteil hat und auch die Wirkung derselben einfach auf ihre Mitmenschen augenscheinlich stärker geworden ist, dann löst das unter anderem auch so eine gewisse Aufregung und Euphorie aus. Und dann wird darüber gerade in unseren Social Media entsprechend aufgeregt berichtet. Und dann hören das Leute und sehen das Leute und denken sich, boah, das möchte ich auch. Oder sprechen mit denselben und denken sich, boah, das will ich auch. Irgendwo sagt doch jeder in seinen Berichterstattungen so, das war auch hart, das hat auch richtig viel Kraft gekostet, war vielleicht sogar das härteste, was ich je gemacht habe, aber es lohnt sich. Und diese Frage, ob es sich lohnt und warum es sich lohnt, muss natürlich auch nüchtern nochmal gestellt werden. Also das heißt, einige Wochen und Monate später und vielleicht auch nach dem zweiten, dritten, vierten Kurs auch immer wieder aufs Neue. Es läuft nämlich niemals für alle gleich ab. Das ist eine hochindividuelle Erfahrung und ich habe mit so vielen Menschen gesprochen und so viel beobachtet. Das kann in alle möglichen Richtungen entsprechend ausschlagen, was da mit uns passiert. Und was mit mir passiert ist, also ist oberkrass und hat sicherlich auch sehr stark mit meiner eigenen Historie zu tun, mit meiner eigenen Architektur als Mensch und meiner eigenen Art zu denken und zu fühlen. Aber mir ist trotzdem wichtig, dass ich gerade Menschen, die vielleicht ein bisschen feinfühliger und sensibler sind als die meisten anderen und die vielleicht auch die ein oder andere Krise schon hatten und nicht so richtig verarbeitet haben, wir nennen das Trauma, oder insgesamt mit sehr viel Schwere und Ballast durch die Welt laufen, und gerade an die möchte ich das richten. Also es ist klar, bevor wir so einen Kurs machen, müssen wir einen Fragebogen ausfüllen, in dem auch gefragt wird, ob wir an irgendwelchen psychischen oder körperlichen Erkrankungen leiden. Und manchmal ist das mit den psychischen Erkrankungen gar nicht so leicht, das überhaupt beim Namen zu nennen. Vielleicht kommt da auch noch eine gewisse Scham zu, vielleicht wollen wir auch nicht darüber sprechen. Also es ist ja nicht immer augenscheinlich, dass wir eine chronische Depression haben oder dergleichen. Ich gehe davon aus, dass nicht jeder ehrlich antwortet, weil es wird nicht nochmal irgendwie auf Mark und Nieren geprüft, was auch okay ist. Das ist keine Kritik an dem Format, sondern einfach eine Feststellung. Ich jedenfalls habe in der Regel angekreuzt, dass ich ohne irgendwelche hintergründigen Erkrankungen unterwegs sei, was nicht stimmte, damit ich keine Probleme haben werde, dort aufgenommen zu werden. Ich habe es auch mal irgendwann ehrlicherweise angekreuzt und dann wurde sehr viel mit mir gesprochen und wurde auch gefragt, so willst du das wirklich machen? Und gerade bei dem letzten Retreat war das so, dass ich auch intensiver betreut wurde. Es war aber ein ganz anderes Setting, als die Goenka-Retreats hatten. Es ist jedenfalls so, dass wir unseren Ballast mit da reinnehmen und dass wir auch unausweichlich mit uns und unserem Ballast konfrontiert werden, weil wir schauen auf uns. Ja, wir schauen natürlich auf das Leben, auch auf das lebende Leben, wie lebt das Leben und so weiter, Aber dafür sind vor allen Dingen wir selber natürlich zentral. Und das geht nicht darum, dass wir uns denken, was wir sind oder wer wir sind, sondern dass wir es wirklich erleben dürfen. Und dass wir dieses Maya, diese Illusion nach und nach, also durchstoßen. Ich gebe euch ein Beispiel. Also bei mir war zum Beispiel ein ganz entscheidender Turning Point der Moment oder das Moment, wenn man so möchte, wo ich meinen Fuß beobachtet habe und plötzlich gemerkt habe, dass in meinem Kopf also direkt ein Bild von diesem Fuß schon aufleuchtet und das eigentlich schon versucht, mit mir diesen Fuß, das Gefühl des Fußes abzuhandeln. Ich habe aber dann geschafft, dieses Bild zu beobachten, das sozusagen zu durchschauen, dass in mir erstmal da irgendwie so eine Art Gespenst auftaucht. Und dann bin ich nochmal in den Fuß rein und habe festgestellt, da sind ganz viele Abertausende von Einzelempfindungen, die diesen Fuß letztlich konstituieren. Und das war mir bis dahin nicht klar. Und das gilt übrigens für alles. Also der Moment, wo wir feststellen, es kommt immer so ein Mental Image, aber dahinter liegt das Eigentliche, die Realität. Das ist sehr aufregend und löst natürlich auch eine lange gewordene Art und Weise der Betrachtung und des Denkens ab. Und legt auch Dinge frei, die womöglich geschlümmert haben. Also die Büchse der Pandora wird irgendwo geöffnet. Und ich kann für mich nur sagen, als ich 2013 mein drittes Retreat gemacht habe, oder viertes mittlerweile schon, das war das vierte, in Belgien, dass ich da etwas freigelegt habe, das mich überwältigt hat. Auf eine unvorstellbare Weise. Und mich in eine solche Not brachte. Und meinen Körper und meinen Geist so korrumpiert hat, dass ich mich davon nicht mehr erholt habe. Und egal, was ich versuchte, in den Tagen, Wochen, Monaten und Jahren danach, es gab keine Möglichkeit, das wieder zurückzubringen oder zu umkehren. Das war dann einfach ständig da. Hat mich irgendwo ausgehöhlt, hat mir auch eine Tiefe verpasst. Und heute kann ich auch damit umgehen. Aber das hat mich, wenn man rechnet, zehn Jahre gekostet. Und eben damit zu tun gehabt, dass ich in einem Setting war, wo mir eingebläut wurde, mit Verlaub, möglichst lange zu harren, zu sitzen, zu beobachten, Schmerzen zu beobachten. Satipatana, also eine Stunde ohne Regung sitzen zu bleiben und auch gezielt in den Schmerz hinein zu spüren. Und ich da mit meinem Selbstanspruch, ich bin ein sehr perfektionistischer Mensch, mit dem Ideal, ich will das jetzt auch schaffen, ich will jetzt auch da wirklich mal durchbrechen, ich will aufwachen, ich will das Nirvana erreichen, wenn ich da entsprechend in eine Dimension des Leidens geraten bin, die ohne das natürlich so höchstwahrscheinlich zumindest nicht möglich gewesen wäre. Und selbst da mich nicht getraut habe, zu sagen, ey, ich habe ein richtig großes Problem gerade, was passiert da mit mir? Das hat eine Weile gedauert. Und dann kam eine traurige Überforderung der Lehrerschaft zum Vorschein. Die waren überhaupt nicht vorbereitet auf eine schwere Form der Retraumatisierung und mussten auch wenig zu raten oder irgendwie damit umzugehen. Was schade ist. Deswegen habe ich beim letzten Video auch David 311 genannt, der sowas betrachtet, der da Bücher und Seminare zu bereitstellt und auch sagt ganz klar, die Atmung, die ist sehr zentral in diesen Retreats, weil wir über die Atmung in eine Konzentration kommen können. Die Atmung ist ein neutrales Empfindungsobjekt und das kann man natürlich gut beobachten. Aber die Atmung ist auch mit dem traumatischen Zentrum im Gehirn, ich formuliere es in meiner Leihensprache, verknüpft und assoziiert. Und dadurch kann also eine Traumatisierung schneller getriggert werden. Und das habe ich so also noch nicht von irgendeiner Instanz aus dem Goenka-Vipassaner-Retreat-Sektor vernommen. Und ich weiß nicht, wie es heute ist. Es ist auf jeden Fall eine Weile her, dass ich das letzte Goenka-Retreat gemacht habe. Also zehn Jahre danach habe ich nochmal andere Traditionen versucht, um irgendwie mich da nochmal durchzumeandern. Ich spreche vielleicht auch nochmal on Detail, wenn ihr möchtet. Und wenn ihr gefeiert seid darüber, ich will aber auch keine Angst und Schrecken irgendwie hier verbreiten und euch Mürbe machen. Nur mir ist wichtig, in diesem Kanal sehr ernst und realistisch auch auf diese Dinge zu schauen. Ich habe kein Interesse daran, euch zu werben und euch zu scheuchen und euch irgendwie zu euphorisieren. Komm, geht da raus und mach das und Yoga und Atmung und dies und das. Und im letzten Video oder die Kommentare zum letzten Video, auch die Feedbacks waren noch ein bisschen, ja gut, du klagst also das Gurutum an, aber du gerierst dich selber irgendwie als Guru-artiges Wesen. Und ich verstehe auch, dass das so durchschlägt und vielleicht kann ich es auch gar nicht verhindern und vielleicht tue ich es auch. und genieße mich vielleicht sogar unbewusst da drin. Aber das gehört dann eben dazu und ist Bestandteil dieses Formates. Und wir können darüber sprechen, ihr könnt mir eure Meinungen zukommen lassen. Ich freue mich darüber, ich wünsche mir ehrliche Resonanz und so kommen wir also in einen Diskurs. Und ich habe vor allen Dingen auch Lust, mich mit Leuten zu vernetzen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben in ihren Kursen und Retreats, die auch, oder die jemanden kennen oder sowas, also die auch kritisch sind. Genau, und natürlich auch alle anderen. Ja, wenn ihr gute Erfahrungen gemacht habt, dann könnt ihr das auch für euch so entsprechend hier in die Kommentarfunktion hinein posten und auch ermutigen. Also das ist nicht mein Ziel jetzt zu sagen, dass das alles irgendwie verkehrt und schlecht ist. Ich bin ein Sonderfall und ich glaube, ich bin nicht der Einzige auf der Welt. Ich habe nur diese Symptomatik, die ausgelöst wurde, noch nie irgendwo recherchieren können erfolgreich. Und das hat mich sehr einsam gemacht. Aber auch irgendwo zu dem Menschen, der ich jetzt bin. In dem Sinne, ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt. Ich freue mich, dass ihr hier euch beteiligt. Ich freue mich, dass ich ohne Werbung zu machen, ohne dass ich euch motivieren muss, irgendwie mich zu abonnieren, die Glocke zu klicken und zu liken und so weiter, dass ich so viel, also auch statistisch, so viel gutes Feedback bekomme und erlebe. und das Gefühl habe, da hören mich Menschen und sehen mich Menschen. Das tut mir gut, das motiviert mich weiterzumachen. Und ich bin gespannt auf diese Reise hier. Und wenn ihr Themen habt, die ihr gerne von mir besprochen bekommen möchtet, dann her damit. Wenn ihr mal gefeatured werden wollt, dann kontaktiert mich. Ich habe Bock drauf. Ich freue mich auf jede Form des Austauschens und wünsche euch Liebe und Vertrauen und dass ihr mit euren Erfahrungen der Achtsamkeit sicher fahrt. Macht's gut.